Was war dein letzter Fehlkauf? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich sowas habe. Moment, ich glaube, ein Mixer. Aber der war auch nicht so fehlgekauft, weil ich finde den schön anzugucken, aber ich benutze den halt nicht. Es war ein bisschen teuer dafür. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.